Nach dem Einzug ins WM-Finale durch den 3-0-Sieg gegen Kroatien hat Argentiniens Superstar Lionel Messi verkündet, dass das Endspiel seine letzte Partie im Trikot der Nationalmannschaft wird. Es sind vier Jahre bis zur nächsten WM und ich glaube nicht, dass es für mich reichen wird. Auf diese Art und Weise das Ganze zu beenden, ist das Beste, sagte Messi der Sportzeitung Ole. Ich beende meine WM-Reise, indem ich mein letztes Spiel in einem Finale bestreite, führte er aus. Alles, was ich bei dieser WM erlebt habe, ist sehr aufregend, sowohl was die Fans hier erleben, als auch wie es die Menschen in Argentinien genießen. Das Wichtigste ist, das Ziel des Teams zu erreichen, das ist auch das Schönste von allem.